Moin Leute, hier ist der neue Flo, das Original. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Video. Let's go! Servus, hier bin ich wieder. Ja, heute geht es mal um meine Kitarreide, dass ich immer bei der Arbeit dabei habe. Eigentlich jeden Tag. Ja, guck dir mal, wie es mittlerweile aussieht. Also echt Katastrophe. Ähm, ja. Ziemlich viele Kratzer. Ich weiß nicht, ob man es einigermaßen sieht. Es sieht ziemlich Schrott aus schon. Ähm, hier habe ich schon eine Klebeband gemacht, weil, ja, es ist ziemlich oft umgefallen, sogar mal runtergefallen. Zum Glück ist es, wo es runtergefallen ist, die Antenne reingefahren. Also, eigentlich ein Wunder, dass die überhaupt noch lebt. Na, guck mal, wenn man hier das Klebeband abmacht, ich mache es jetzt eh mal, weil wenn man hier sieht, da ist ein Spalt kleiner, weil es jetzt nochmal weggefallen ist. Ähm, ja, wahrscheinlich pepst das ganze Ding jetzt wieder so. Oh Mann, muss ich mal gucken. Ja, na, klebt schön. Oh je. So, da habe ich auch mal Teaser dran gepackt. So. Na. Ja, ich habe auch mal unterflogen, keine Ahnung. Ist mein Arbeitsradio eigentlich. Guck hier. Das war ging schon öfter mal ab. Ähm. Ja. Ja. Muss ich mal gucken, wie es wieder dran pappt.